Oh 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 spannend am Ende. Wann wusstest du, dass du gewonnen hast? Ich wusste erst, dass ich gewonnen habe, als dann Ergebnisse vorgelesen wurden und dann auch Deutsche Meister genannt wurden. Was geht einem dann im Kopf vor? Ich meine, du warst nach 60 Wurf, war der Timor Ahlander schon ziemlich weit enteilt, aber du in der Aufholjagd auf der dritten Bahn und dann die vierte, weiß man ja nicht, was rundherum passiert. Wie geht man an so eine Situation rein? Ja, also ich habe nie aufgegeben, wirklich. Ich wollte immer alles zeigen, was ich kann praktisch. Ich habe immer Gasse gespielt, gekämpft. Ich habe halt immer noch gehofft, dass es am Ende reicht für eine Medaille, für einen guten Platz und so war es dann auch. Ich habe nie aufgehört zu kämpfen. Gold im vergangenen Jahr? Ja. Das war in Schönebeck, wollte in diesem Jahr in Ludwigshafen, aber du hast ja in diesem Jahr eine sehr, sehr schwere Entscheidung treffen müssen. Du hast die Entscheidung gehabt, nach Klutsch zur Weltmeisterschaft zu fahren und du hattest deine Abiturprüfung. Ja. Wir wissen ja mittlerweile alle, wie du dich entschieden hast, offensichtlich auch kurzfristig, vielleicht auch, weil es schwer war. Ja. Erzähl mal einfach ein bisschen darüber. Das war halt, ich dachte, ich könnte halt beide schaffen, WM und Abitur gleichzeitig, aber als dann die Prüfung losging, da fehlt dann halt einfach der Kopf, dann auch beim Kegeln dran zu bleiben. Ich habe dann im Training auch davor nicht mehr so wirklich stark gespielt und ich wusste auch, ich muss mich entscheiden für eins. Dann habe ich halt das Abitur vor der WM vorgezogen. Nun hast du ja auch eine kegelbegeisterte Familie. Ja. Also da ist nun ein bisschen noch hinterher auch, sage ich mal, ein paar Schwergewichte im Kegelsport. Wie beeinflussen die dich? Ich denke, die beeinflussen mich sehr positiv auf jeden Fall. Mein Onkel, der spielt ja auch viele WMs für Bosnien. Als Trainer hilft er mir auch, dass ich immer weiterkomme und an mir arbeite. Aber du gehst deinen Weg. Abitur bestanden? Die Ergebnisse weiß ich leider noch nicht. Die werden erst im nächsten Monat veröffentlicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ich es bestanden habe. In Klutsch, die Entscheidung, du warst nicht mit dabei. Wie hast du die dann verfolgt? Ah ja, genau. Wir haben den Livestream gekauft und jedes Mal, als dann Deutschland oder halt unsere Spieler am Start waren, haben wir dann am Fernseher daheim zugeschaut und alles mitverfolgt. Hast du eigentlich mal Kontakt mit dem Florian Wagner gehabt, der nun anstelle deiner auf den Zug aufgesprungen ist? Also Privatkontakt? Ja, überhaupt einfach Kontakt. Ach so ja, der Florian Wagner. Wir sind ja immer zusammen bei den Lehrgängen gewesen. Ja, da habe ich ihn halt öfter gesehen, kennengelernt. Wenn du dein Abitur in der Tasche weißt, wie sieht denn deine Zukunft aus? Also, Kegeln auf jeden Fall, weiter. Davon gehen wir ganz stark aus. Ausbildung habe ich im Visier als Mechatroniker, aber viel ist noch offen. Wie geht es denn dann weiter? Fängst du dann, also entscheidet sich jetzt alles? Genau, also ob ich dann auch vielleicht studieren gehe danach, ist alles noch offen. Sportfreund der Friedrichshafen, ist deine Heimat. Ja, wie greift ihr an? Wo spielt ihr jetzt? Welche Zielstellung habt ihr? Wie ist dein Stand in der Mannschaft? Genau, also wir sind ja aufgestiegen jetzt in die zweite Bundesliga. Genau, herzlich willkommen im DKWC-Bereich. Und ja, mein Stand, ich denke mal, ich werde eine wichtige Rolle sein in der zweiten Bundesliga, als Punkteträger auf jeden Fall. Und wir versuchen natürlich nicht abzusteigen, wir versuchen alles wieder zu erreichen. Vielleicht vorne, also auf jeden Fall vorne dabei sein. Und ja, wir versuchen immer jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn es dann halt klappt, dabei zu sein oder vorne mitzuspielen, dann werden wir auch alles geben. Ja, es gibt ja noch die Entscheidung, ob der Funk-Lukas vielleicht zu uns kommt. Ist auch noch nicht sicher. Wenn der kommen würde, dann sieht es auch nochmal ganz anders aus. Da wird es uns auch helfen, eventuell dann. Aber ja, wir werden alles versuchen in der zweiten Liga. Ja, denke ich auch. Also jetzt erstmal den Titel nochmal genießen. Kommt der direkt neben die andere Goldmedaille? Oder ist es jetzt schwierig, die zu platzieren, weil der Schrank schon voll ist? In einem Schrank steht schon einiges, aber da gibt es immer genug Platz für Medaillen. Auch für weitere. Genau. Freuen wir uns drauf und wünschen dir einfach eine erfolgreiche Saison, aber jetzt erstmal eine erfolgreiche Sommerpause. Genau. Danke. Dankeschön. Tschüss. Kegeln ist ein geiler Sport. Wir werden es beweisen. Kommt mit, mit, mit Blick. Geht...